Das Wohl von vielen, es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen, das sagt einst Mr. Spock in Star Trek 2, der Zorn des Kahn. Und so stand es lange Zeit auch geschrieben auf der Website des Studio Filmtheaters am Dreiecksplatz. Mit dem Zusatz passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ja, es ist eine schwierige Situation, eine schwierige Zeit für die Kinos im Norden, nicht nur im Norden, sondern auch deutschlandweit, weltweit. Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Wir haben noch viele weitere spannende Themen zu diskutieren hier im ältesten Kino in Kiel. Und damit herzlich willkommen zur Premieren-Ausgabe von Mikrofon Kultur im Norden. Und jetzt geht es los. Mikrofon Kultur im Norden Ja, und da sind wir herzlich willkommen hier aus dem Studio Filmtheater am Dreiecksplatz mit den beiden Geschäftsführern. Dennis Jahnke auf der linken Seite und Matthias R. auf der rechten Seite. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Moin. Hallo. Nicht selbstverständlich, dass wir zu dieser Zeit hier so entspannt sitzen können, denn so entspannt sieht es bei euch eigentlich gar nicht aus im Moment. Ich fange mal an. Entspannt ist anders. Eigentlich vom Zeiteinsatz ist es entspannter, als ansonsten ein Kinofrühling das wäre. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Freizeit. Wir können Privatprojekte machen. Wir können uns um die Familie kümmern. Das ist ein kleiner, angenehmer Nebeneffekt. Aber wirtschaftlich, was das Kino angeht, was unser Geschäft angeht, ist es natürlich ein Desaster. Und das hält einen natürlich dann emotional so ein bisschen auf Trab. Ich wollte gerade sagen, also besondere Situationen, das hatten wir im Vorgespräch auch schon gesagt, erfordern besondere Maßnahmen. Wir sitzen jetzt hier sehr weit auseinander. So wird das letztlich dann wohl auch im Regelbetrieb dann wieder aussehen. Wie erlebt ihr diese verrückte Zeit? Ja, wir hatten so verschiedene Abfolgen oder so verschiedene Punkte, die es abzuarbeiten gab. Die erste Zeit der Schließung, da haben wir wahnsinnig dafür gekämpft, dass wir die Kosten, die der Betrieb jeden Monat generiert, zu minimieren. Das heißt, wir haben Stromabschläge minimiert, wir haben mit dem Vermieter geredet, wir haben mit Banken geredet etc. pp., damit wir möglichst lange durchhalten können. Denn Mitte März konnte niemand erwarten, dass wir theoretisch ab 18.05. auch schon wieder aufmachen können. Theoretisch, da kommen wir bestimmt später noch zu. Man sieht ja die leeren Plätze hier zwischen uns. Und deshalb galt es da, den Zeitpunkt X der Wiedereröffnung möglichst lange hinaus zu zögern. Und ansonsten können wir uns um viel Kleinkram kümmern. Wir haben ein paar kleine Renovierungsarbeiten gemacht. Wir müssen jeden Tag im Grunde neu planen, weil die Erlasslage seit acht Wochen jeden Tag ist leicht übertrieben, aber ständig etwas anderes bereithält. Das heißt, man muss sich täglich mit neuen politischen Entscheidungen, mit neuen Bundesentscheidungen, mit neuen Landesentscheidungen, mit neuen kommunalen Entscheidungen auseinandersetzen, muss die sehr genau lesen und muss seine Planung dahingehend abwandeln. Beziehungsweise so am Ball bleiben, dass man, wie es jetzt ja gerade ist, im Eröffnungsmodus, so nenne ich es jetzt mal, unsere Arbeit gerade, dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Genau, denn ich wollte auch gerade sagen, heute Tag der Aufzeichnung ist der 18. Mai. Bedeutet, die Landesregierung sieht vor, Kinos könnten wieder öffnen, aber das ist natürlich alles doch auch gar nicht so einfach. Und da können wir, denke ich, nachher nochmal kurz drüber quatschen. Vielleicht nochmal kurz, jetzt sitzen wir hier im Studio Kino. In welchem Saal genau? Das hier ist Saal 2. Das ist der mittlere Saal mit 147 Plätzen. Und das ist das älteste Kino in Kiel. So ist das. 1914, glaube ich. Genau, am 23.12.1914 eröffnet. Und wir haben das hier vor zehn Jahren übernommen und haben, das war wirklich ein Zufall, ebenfalls am 23.12. exakt 95 Jahre nach erster Eröffnung geöffnet. Der Plan damals war, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Das ging total in die Hose. Aber seitdem haben wir also gemeinschaftlich Jubiläum. Ja. Und geschichtlich, was macht dieses Kino so ganz besonders? Also die Geschichte ist natürlich der große Reiz auch irgendwie. Standort Kiel. Was ist das ganz Besondere an dem Kino? Wie würdet ihr das beschreiben? Es ist durchgängig bespielt seit 1914. Es ist unbeschadet durch den Weltkrieg gekommen oder die Weltkriege, um genau zu sein. Und es hat eine so verwurzelte Geschichte mit Kiel, dass als wir das Haus hier übernommen haben, wir uns natürlich überlegt haben, ob wir das umbenennen. Weil der Vorbetreiber hier sehr viel verbrannte Erde hinterlassen hat und wir gerne von dem schlechten Image wegkommen wollten. Und wir haben mit den etwas älteren Kielern gesprochen, die das schon lange kennen, das Haus. Und die sagten ganz ehrlich, macht was ihr wollt, es bleibt das Studio bis in alle Ewigkeit. Also haben wir gesagt, na gut, dann ist es halt so. Und das Besondere an diesem Kino ist eben, dass es schon immer da war und dass es unserer Meinung nach auch einfach zu Kiel gehört. Und deswegen lassen wir uns jetzt auch durch diese Zeit nicht unterkriegen, sondern wir bleiben am Ball und bleiben noch weitere Jahre da. Das hoffen wir natürlich alle, ihr ein Riesenstück Kultur in Kiel weiter erhalten bleibt. Wie sieht es denn aus im Vergleich? Habt ihr euch da mal vielleicht Zahlen angeschaut? Also das ist das älteste Kino in Kiel. Wie sieht es im Norden vielleicht aus? Wie sieht es deutschlandweit aus? Also im Norden haben wir auch die Nase vorn. Es gibt niemanden, der vergleichbar ist. In Deutschland sind wir, glaube ich, unter den Top Ten, glaube ich. Asche auf meine Haut. Es gibt in Rendsburg, das weiß ich deshalb, weil es jetzt um die Eröffnungstage geht und wir Rückmeldungen erhielten aus Rendsburg. Da gibt es das Kino Center. Und wenn mich meine Informationen, die sind schwer zusammenzutragen, weil darüber gibt es natürlich keine Listen. Dort wurde uns zugetragen, dass die Kollegen wahrscheinlich im Juni doch ein paar Tage vorher aufmachen oder jetzt Ende Mai. Die sind also jetzt im Monatswechsel, Wechsel Mai, Juni, haben die ein Jubiläum und das liegt dann immer so ungefähr ein halbes Jahr vor unserem. Das ist so unsere Recherche im Bundesvergleich. Im Bundesvergleich können wir es nicht genau sagen. Die Recherche haben wir nie abgeschlossen. Ein paar wird es noch geben, aber wir denken auf keinen Fall viele. Auf jeden Fall Tradition pur, das kann man, denke ich, sagen. Was macht denn diesen Charme aus? Was ist so dieser ganz bestimmte Traditionscharme in diesem Kino? Wo würdet ihr sagen, ja, hier haben wir ein Stück Geschichte auch stehen? Wir blicken schon auf unsere Tradition. Das ist uns irgendwie auch wichtig. Matthias hat es gesagt. Sehr ungewöhnlich für einen Standort, dass der auch durchgehend bespielt ist, also nicht mal ein paar Jahre geschlossen war zu irgendeinem. Es gab ja im Laufe der Geschichte viele Momente des Kinosterbens. Und dieses Haus hat alles überdauert. Auch die Schließzeiten waren immer nur Renovierungen, Betreiberwechsel etc. pp. Deshalb gucken wir auf diese Tradition. Die ist uns auch wichtig. Dessen sind wir uns auch bewusst. Und wir beide ticken da auch relativ ähnlich. Also wir sind nicht nur primär die Filmnerds, die nur Bock auf Programm machen haben und die alle Filme seit Anbeginn der Zeit auswendig kennen und so weiter und so fort, sondern wir sind auch sehr, sehr gerne Gastgeber. Und ein Anspruch hier ist es losgelöst von der Tradition, den Menschen ein tolles Erlebnis zu bieten. Und so diese Mischung aus beiden, das ist der Spaß, den es macht, ein Haus zu öffnen für jede Zielgruppe. Junge Menschen, alte Menschen, zu Tages- und Nachtzeiten, mit schrägen Filmen, mit ruhigen Filmen, mit Dokumentarfilmen. Das ganze Portfolio, was die Kunstform Film bietet, unseren Gästen zu guten Preisen, zu guter, sehr guter Qualität, mit guten Sitzen, mit toll renovierten Sälen näher zu bringen. So, das ist unser Anspruch. Da muss ich dann auch noch zu ergänzen, dass wir uns manchmal ein bisschen schwer tun mit dem Begriff Tradition, weil häufig mit Tradition Alter auch gleichgesetzt wird. Und also Traditionssegler zum Beispiel, da würde keiner auf die Idee kommen, dass das Ding letztes Jahr gebaut ist. Und deswegen, ja, wir sind ein Traditionshaus, aber wir haben topmoderne Technik und spielen eben auch alles an aktuellen und neuesten Filmen. Also der James Bond läuft hier genauso selbstverständlich wie Star Wars, um mal zwei ganz große zu nennen, aber eben auch die kleine Arthouse-Perle aus Südfrankreich oder sowas. Also es ist manchmal tatsächlich ein Spagat zu sagen, ja, wir sind ein Traditionshaus, aber verflixt nochmal, wir sind auch tiefer gelegt und schnell. Ja, genau, du hast das angesprochen, Matthias. Neueste Technik habt ihr ja trotzdem verbaut. Dennoch habe ich auch auf eurer Webseite gelesen, vor Retroabenden macht ihr keinen Halt. Also da kommt dann auch mal Filme zu sehen mit leichter Unschärfe, mit ein wenig knisterndem Ton. Das macht natürlich auch so einen ganz besonderen Charme nochmal aus, also diese Retroabende. Ja, genau. Wir können in einem Saal, da haben wir noch eine 35mm Anlage stehen, also die Filme projizieren, die, früher hatte man gesagt, auf Zelluloid sind. Mittlerweile ist es längst Nylon-Material, aber da können wir noch die alten Filme zeigen. Und ansonsten ist ja mittlerweile Kino, ich will jetzt nicht sagen, so ähnlich zu bedienen wie der Windows Media Player, aber sehr viel mehr ist es nicht. Es ist mausbedient und ein digitales Medium letzten Endes. Aber ja, wir können auch noch die, ohne das jetzt böse meinen zu wollen, echte Filmware zeigen. Jetzt haben wir ein bisschen über die Geschichte von diesem Kino gesprochen, aber eure Geschichte finde ich auch ganz erstaunlich mit diesem Kino. Ich habe gelesen, dass das Ganze am Tresen angefangen hat. Wie hat sich das entwickelt? Ja, genau. Es war einmal zu Anfang dieses Jahrtausends. Genau. Das ist, ja genau, das muss so 2002 gewesen sein. Da haben wir hier beide am Tresen gearbeitet. Matthias und ich haben beide in Kiel studiert und trafen uns am Popcorn-Tresen. Matthias war ein paar Monate vor mir da, war also schon eingearbeitet, wusste, wie die Popcorn-Maschine funktioniert. Und ein Wissen hatte er mir auch voraus, da war er sehr schnell, er konnte schon Filme vorführen. Und das wollte ich natürlich auch sehr schnell lernen und nach der Einarbeitungszeit hat mich das technisch sehr, sehr interessiert. Und das ging dann auch sehr, sehr schnell. Also im Grunde hat Matthias mich eingearbeitet an den Maschinen. Und dann waren wir hier jahrelang Filmvorführer. Also es war ein reiner Studentenjob. Genau solche Jobs, wie wir sie jetzt im Moment auch vergeben. Also jetzt gerade nicht, aber demnächst bald wieder hoffentlich. Und daraus entwickelte sich eine Freundschaft, die bis heute hält. Und ja, nach kleinen beruflichen Wirrungen ins Ausland und dann der Insolvenz des Vorbetreibers auch hier im Haus, war plötzlich dieses Haus hier zu haben. Und da haben wir dann zugeschlagen, weil wir auch um die Defizite wussten. Und die Übernahme aus einer Insolvenz, aus einem maroden Betrieb, ist ansonsten ja nicht so lustig. Und natürlich, da wir die Defizite kannten, haben wir das Wagnis eingegangen und haben gesagt, wir machen das jetzt. Also die Liebe zum Film war bei euch beiden dann auch schon immer da, kann man sagen. Tiefer wurzelt. Und wie verwächst man dann auch so mit einem großen Kino, mit dem ältesten Kino in Kiel? Also wir sind hier rangegangen mit dem Vorwissen, was man alles falsch machen kann. Wir haben hier bei unserem Ex-Chef viel Desaster erlebt und häufig viele Tage hintereinander. und sind rangegangen an die Aufgabe Kino machen mit der Idee, wir möchten gerne gutes Kino machen. Wir möchten den Gästen einen schönen Abend bieten. Allerschlimmstenfalls sollen die nach Hause gehen und sagen, der Film war wirklich richtig schlecht, aber der Rest war nett, das Drumherum. Und wenn wir von dieser Idee auch noch leben können, dann ist alles gut. Und das hat sich als erfolgreich herausgestellt. Und Film ist ein Medium, das einen ja eigentlich immer begleitet. Also eine Standard-Feten-Frage ist, oh, was war denn dein erster Kinofilm? Und hast du neulich gesehen, der war aber schlecht oder gut oder was weiß ich. Also Film ist eigentlich schon mit einem verwachsen, wenn man mit dem Kino anfängt. Und wenn man dann im ersten Schritt, dass dieses berühmte sein Hobby zum Beruf machen kann und im zweiten Schritt das auch noch so funktioniert, dass man davon leben kann, dann ist die Verwachsung so stark, dass diverse Freunde und Familie mit den Augen rollen, wenn es heißt, also falls wir uns Freitag treffen wollen, höchstwahrscheinlich kann ich. Ich kann es noch nicht genau sagen, weil ich noch nicht genau weiß, wie es dienstlich aussieht. Die kennen das schon und rollen vielleicht noch nicht mehr mit den Augen. Aber das gehört eben dazu, zum selbstständig Kino machen. Man wird so ein bisschen soziopathisch, was die Freizeit angeht, leider. Wenn ihr schon so lange dabei seid, was war denn das Verrückteste, was ihr hier mal erlebt habt? Gibt es da ein besonderes Ereignis, was euch jetzt vielleicht so direkt in die Gedanken schießt? Also es gibt hier, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber häufig, so den Alltagswahnsinn, aber jetzt so das große Ereignis würde ich jetzt passen müssen. Ich weiß nicht, hast du da was im Kopf? Also im Alltag, in einem Servicebetrieb passieren jeden Tag wahnsinnige Dinge. Egal, ob man das einen Hotelangestellten fragt oder einen Kinomitarbeiter oder einen Kinobetreiber oder einen Kreuzfahrtdirektor. Also das sind alles Dinge, wo man mit Menschen zu tun hat, die in ihrer Freizeit einen besuchen. Und da gibt es viele, viele Dinge, da darf man gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern und das halten wir auch hier so. Da bleiben viele Dinge unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit und werden abends am Tresen dann ausdiskutiert. Aber tolle Erlebnisse sind auf jeden Fall die Sachen, die die Gäste hier erstens als Ideen mitbringen und zweitens auch spontan umsetzen. Also wir machen das seit zehn Jahren jetzt und dass man im Freien abspielt, zum Beispiel auf der Leinwand, Zähnenapplaus erfährt. Das ist nicht so häufig. Und da gibt es also ein paar Erlebnisse, also da fallen mir vielleicht ganze zwei oder drei ein, wo man das mitbekommen hat. Und da steht man dann völlig fassungslos und läuft einem ein Schauder über den Rücken, weil man ja verantwortlich dafür war. Weil man derjenige war, der diesen Film ausgewählt hat, in ein, zwei Fällen auch sehr, sehr speziell. Ich kann das nennen. Wir hatten mal eine Sneak Preview im Haus. Die Sneak Preview ist eine Überraschungsvorpremiere, die wir jeden Mittwoch zeigen. Da wissen also unsere Gäste überhaupt nicht, was wir zeigen. Und das kann Hollywood sein und das kann aber auch norwegisches Arthaus sein, wie in dem Fall. Und wir wollten diesen Film, wir hatten den auf einer Messe gesehen und wir wollten den unbedingt zeigen. Weil das so früh war, bekamen wir den nur auf norwegisch mit deutschen Untertiteln. Das war eine Festivalkopie, die noch gar nicht für die öffentliche Vermietung eigentlich gedacht war. Wir bekamen sie durch einen Fehler unserer Disponentin. Und der Film schlug hier ein in einem ausverkauften Haus wie eine Bombe. Es ist ein Drama, es geht um Missbrauch, es geht um Vergewaltigung auch. Und ungefähr nach zwei Drittel des Films schlagen die Jungs, um die es geht, zurück. Der Film heißt King of Devils Island. Und nach zwei Drittel des Films hauen die Jungs zurück und verprügeln einen Wärter, der sie knutet und knechtet, den ganzen Film überschworen. Verprügeln, den vermöbeln, möbeln den nach allen Regeln der Kunst. Und der Saal hat Szenenapplaus gegeben in dieser Verprügelszene. Totaler Wahnsinn. Also das ist so, das sind emotionale Momente, die Bock auf weitere solche Momente machen. Da ist man also der Gastgeber, der man sein möchte. Ansonsten bringen unsere Gäste auch ganz tolle Ideen mit. Also wir haben hier Heiratsanträge schon gehabt. Da steht dann hier jemand und sagt, ja, ich war hier im Jahr 1998 mit meiner Süßen das erste Mal und jetzt 20 Jahre später möchte ich sie jetzt heiraten. Und wie können wir das machen? Wie können wir das umsetzen? Kann ich einen Film machen, der dann im Vorprogramm läuft, wo ich ihren Antrag mache? Und dann erarbeitet man solche kleinen Anekdötchen mit unseren Gästen zusammen und nach vier Wochen Vorlauf läuft das dann. Und dann hat man hier mit roten Rosen und Champagnerkühler, hat man hier mitten in einer ausverkauften James-Bond-Vorstellung, hat man dann einen Heiratsantrag. Also solche Sachen, ja, das ist individuelles Gastgeben und Kino. Das können wir hier möglich machen und das macht halt sauspaß. Das glaube ich total. Also etwas sehr Besonderes dann schon, so ein Heiratsantrag im Kino. Also die Sneak Preview, Dennis, du hattest das eben angesprochen, das ist ja das große Highlight eigentlich. So kann man sagen, dass es das Highlight der Woche ist? Ja, genau. Also genauso mit den Worten verkaufen wir das immer. Es ist auf jeden Fall das beständigste Highlight. Es ist wirklich jeden Mittwoch und wir weinen immer, wenn Heiligabend auf Mittwoch fällt. Das passiert ja alle paar Jahre mal, ärgerlicherweise oder irgendwelche ersten Mai-Feiertage oder sowas. Und da denken wir jedes Mal, überlegen wir, was machen wir. Und wenn es dann etwas unwichtigere Feiertage sind und nicht gerade Silvester und Heiligabend, dann lassen wir sie auch trotzdem stattfinden. Denn es ist auch die Veranstaltung, die uns mit am meisten Treue entgegengebracht wird. Das heißt, die haben wir gehegt und gepflegt und aufgebaut und sie hat einen Wahnsinnserfolg. Und klar, könnte man jetzt sagen, weil sie erfolgreich ist, haben wir da so Bock drauf. Nee, wir haben da deshalb Bock drauf, weil das so ein bisschen unser persönliches Baby ist. Wir stehen da jeden Mittwoch zu zweit. Es sei denn, jemand ist krank von uns oder auch mal im Urlaub. Das kommt sehr selten vor, aber es kommt mal vor. Oder auf Dienstreise, kommt auch zweimal im Jahr vor. Und die moderieren wir. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Highlight der Woche. Ja, wenn nicht gar das beständigste und wichtigste Jahr. Aber worauf achtet ihr da bei eurer Filmauswahl? Also wir haben jetzt eben schon einen besonderen Film gesehen. So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo du dann schneiden musst, weil das hier nicht verraten werden darf. Nein, Scherz beiseite. Das ist eine häufig gestellte Frage. Genau, das ist eine häufig gestellte Frage. Wir versuchen einfach eine gewisse Vielfältigkeit hinzubekommen. Und es gibt keine Regelmäßigkeit bei uns in der Sneak. Ich weiß, es gibt Stammgäste, die kommen seit Jahren und die sagen, ich habe es jetzt rausgefunden, endlich nach zweimal französischer Komödie kommt amerikanischer Actionkino. Nee, es ist einfach mal falsch. Keine Regeln. Es gibt keine Regeln. Es hängt manchmal davon ab, welche Filme sneakbar sind. So heißt das bei den Verleihern. Häufig haben wir einen Film geplant und dann kommt spontane Freigabe für einen Film, wo wir denken, oh cool, den müssen wir nehmen. Und dann müssen wir den einen Film verschieben. Also es gibt keine Regeln. Wir versuchen, das ausgeglichen zu machen. Wir zeigen keine Horrorfilme. Das ist die einzige Prämisse. Und ansonsten hängt es davon ab, was wann verfügbar ist und nach unserem Gespür oder von unserem Gespür. Jetzt wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Das war eine schwierige oder es ist auch immer noch eine schwierige Situation. Natürlich nicht nur für dieses Kino, auch für alle Kinos im Norden, in Deutschland auch. Wie ihr durch diese Zeit gekommen seid, das habt ihr schon so ein bisschen erzählt. Wie habt ihr Hilfen erhalten in erster Linie auch? Vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen sagen. Also es gab verschiedene Sachen. Es gab lokale Projekte. Also angefangen hat es bei unseren Stammgästen oder bei unseren Gästen, die uns gefragt haben, wie können wir helfen. Es gab Gutscheinkäufe. Also die können unmöglich alle eingelöst werden. Vor allen Dingen, wenn jemand aus München einen Gutschein kauft, dann ist das schon großartig zu merken. Wir werden auf der Straße angesprochen, wenn wir erkannt werden, was gemacht werden kann. Dann haben sich ja die Kieler Gastronomen so ein bisschen zusammengeschlossen. Kiel hilft Kiel. Diese Aktion, initiiert von den Jungs von der Lille Brauerei, hat tatsächlich Aufmerksamkeit gebracht und auch ein bisschen Geld durchaus. Und es gab diesen berühmten Herrn Finn Kliemann, der uns wahnsinnig geholfen hat und wo ich auch an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön mal in die Richtung schicken muss. Das war eine abgefahrene Geschichte, aber da war Dennis eher involviert als ich. Also erklärt Dennis das? Da würde ich auch noch kurz was zu sagen wollen. Stichwort Finn Kliemann, der mit seinem Kinofilm 100.000 Sachen, alles was ich nie wollte, so hieß es, sollte eigentlich am 29. Mai ins Kino kommen. Das hat dann nun leider nicht geklappt und er hat das Ganze dann ins Internet verlegt und als Streaming sozusagen angeboten. Dort konnte man dann sein Kino auswählen, wo man diesen Film sehen möchte. Und die Eintrittsgelder wurden sozusagen um 25 Prozent weitergegeben an das jeweilige Kino. Und Dennis, jetzt ist dein Wort, wie lief das Ganze ab? Also die Entwicklung war wie vieles derzeit, hat einen ziemlich rasanten Verlauf genommen und auch jemand, der in diesen Tagen im Moment seinen Film rausbringen will, was er ja wollte, hat natürlich die gleichen Probleme wie wir. Wir sind ja so der Endort, der geschlossen ist und es ist nicht nur die Finn Kliemann Premiere Ende Mai dieser ganzen Geschichte zum Opfer gefallen, sondern viele, viele andere Projekte auch. Und bevor ich zu dem Film komme, wir mussten private Feiern hier absagen im Haus von Leuten, die hier ihren 50. Geburtstag oder ihre Silberhochzeit feiern wollten ursprünglich. Genauso mussten wir auch diversen Filmemachern absagen, die ihre Filme auch dann teilweise unter Anwesenheit hier präsentieren wollten. Also das ist das Bitterste, waren die beiden Filmemacher, die auf der Reise zu uns waren schon am 14.03., man verliert den Überblick. Die hätten nämlich einen Tag später, nämlich genau am Schließungstag hier ihren wunderbaren, ihre Reisedoku Spitzbergen gezeigt. Und die haben wir nachts um eins auf der Autobahn in Höhe Hamburg angerufen, dass sie den nächsten Rastplatz anfahren können, denn wir werden behördlich geschlossen am Folgetag. Und so ging es weiteren Filmemachern, die hier ihre Premieren hatten und so ging es eben auch dem Finn Kliemann Film. Der war so angelegt, dass die Fans von Flynn Kliemann, das ist ja auch ein Herr, der sich in Social Media bestens auskennt und bestens vernetzt ist mit seinen Fans, der hatte im Vorfeld schon seine Fans gefragt, wo soll der Film denn überhaupt laufen? Und die Fans hatten für Kiel gesagt, eindeutig, hier im Studio Filmtheater. Also hätten wir am 29. hier eine wunderbare Premiere gehabt. Und die Resonanz darauf war schon so wahnsinnig, dass wir überlegt hatten, das ganze Haus an dem Tag zu schließen und in allen Sälen den Film zu zeigen. Und das wäre uns gelungen, da bin ich fest von überzeugt. Und dann kam der Lockdown und der Verleih, der hinter dem Film steht, ist ein ganz kleiner Selbstverleih, extra zu diesem Zweck gegründet. Und die hatten nämlich versucht, diesen Film in die regulären Kinoverwertungskanäle reinzubringen. Und da haben alle gesagt, das hat überhaupt keinen Erfolg, wir wollen den nicht, wir vermieten den nicht. Und dann hat der kleine Verleih gesagt, so, dann vermieten wir den eben selber und machen diese Aktion, die ich gerade berichtet habe. Und als das nun nicht ging, wurde die Idee geboren, den Film zu streamen und diese kleine Soli-Aktion daraus zu machen. 25 Prozent des, nicht des Verkaufs, des Kartenverkaufs, sondern auch des Erlöses, der dann übrig blieb, abzüglich der ganzen Streaming-Kosten. Das war wohl auch nicht so ohne. Und die Zahlen, die gemacht wurden, sind exorbitant gut. 120.000 Personen haben diesen Film in einer Streaming-Zeit von nur 24 Stunden gesehen. 120.000 Besucher ist für einen deutschen Dokumentarfilm, das ist er ja, nicht mehr, nicht weniger erstmal, wahnsinnig viel. Also, Filme finden ihr Millionenpublikum, also wirklich siebenstellige Besucherzahlen, da bewegen wir uns im Star-Wars-James-Bond-Niveau. Und alles, was die 100.000 knackt, ist schon aller Ehren wert hier. Das ist im Arthouse-Bereich, im Filmkunst, im Dokumentarfilmbereich eine ganz, ganz große Nummer. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben vorher wahnsinnig viele Social-Media-Aktionen gemacht, der Verleih selbst, man konnte sich da dranhängen, man konnte selber was machen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und am Ende mit dem Erfolg wurde es belohnt, also Hut ab. An der Stelle auch nochmal ein ganz fettes Dankeschön. Wir sind nämlich bundesweit auf Platz Nummer 3 gelandet. Bundesweit. Das ist also an euch da draußen, vielen Dank. Genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Die Top-10-Kinos, die diesen Film oder wo dieser Film geschaut wurde, da liegt das Kiel-Studio-Filmtheater auf Platz 3 mit 1048 Tickets sozusagen. Also eine grandiose Zahl. Also die hätten wir hier gar nicht reingekriegt. Wir haben keine 1048 Plätze. Also das, ich bin da sprachlos. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Das war eine, das ist halt auch so eine Aktion, wenn du hier den Laden schließen musst. Und völlig absurderweise, wenn es noch hell ist, das Rollgitter vor der Tür runterlässt, dann ist das nicht gerade stimmungshebend. Und wenn man dann aber merkt, dass man nicht vergessen wird und dass es 1048 Menschen gibt, die Geld dafür bezahlt haben, dass sie virtuell bei uns im Kino waren, dann ist das ein tolles Kompliment. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Tut's noch. Absolut. Wie sind diese Hilfen dann angekommen jetzt? Also das war marketingtechnisch. Dennis sagte das im Vorgespräch auch sehr spannend, weil sich da ganz neue Wege erschlossen haben. Wie habt ihr davon schon was erhalten? Die Rechnung ist gestellt. Ich gucke dich fragend an. Ja, also die Hilfen, die kommen an. Auch die Seite, die die Hilfen initiiert, die machen das auch zum ersten Mal, genau wie wir auch zum ersten Mal schließen. Das heißt, manche Dinge dauern etwas länger und sind auf etwas längere Zeiträume angelegt. Ein Beispiel, derzeit kann man auch bei unserer Werbeverwaltung Werbung gucken, auf der Website, die extra dafür gemacht wurde. und hilfdeinemkino.de, heißt die Seite. Und da kann man sich einfach stundenlang Werbung reinziehen. Und am Ende wird abgerechnet und die Werbungkunden zahlen dafür was. Und man hat auch vorher eben sein Kino ausgewählt, genau wie bei der Klimandoku. Und da wissen wir noch gar nicht, was dabei rüberkommt. Da ist der Abrechnungszeitraum irgendwie Ende Mai, wird mal durchgerechnet. Vielleicht bleiben da nur ein paar Cent. Vielleicht sind es ein paar hundert Euro. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist es, und da nochmal ein Rückbezug, wie sind wir hier unterstützt worden? Es gibt halt die monetäre Unterstützung, Stichwort Gutscheinkäufe, die wahnsinnig erfolgreich waren. Es ist aber auch sehr, sehr viel wert, die emotionale Unterstützung, die von Seiten der Gäste an uns herangetragen wird. Wir haben auch schon Briefchen an unseren Scheibenwischern gefunden. Wir haben auch persönliche Briefe im Briefkasten gehabt. Wir kriegen Rückmeldungen über Social Media. Und wir kriegen Rückmeldungen natürlich auch von der Presse. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir gelegentlich so Peaks haben, wo wir erscheinen in der Öffentlichkeit, obwohl wir im Moment kein Programm bieten können. Das wird dann nochmal so eine ganz andere Situation. Die Programmzusammenstellung wahrscheinlich dann auch. Wenn es dann wieder heißt, jetzt öffnen wir, also Tag der Aufzeichnung, 18. Mai heute. Offiziell dürfen die Kinos wieder öffnen. Das ist jetzt natürlich zum einen gut, aber auf der anderen Seite auch super schwierig, das zu meistern. Man weiß nicht, welche Filme soll man vielleicht zeigen, denn die Filmbranche, die ist ja auch etwas zusammengebrochen. Und viele Drehs wurden pausiert erst mal und werden dann irgendwann auch anders fortgesetzt. Wie werdet ihr dann wieder öffnen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und um die ausführlich zu beantworten, würde das hier die Sendezeit sprengen. Das liegt an zwei Dingen. Erstens müssen wir ein Hygienekonzept erstellen und dann auch umsetzen. Das ist in Arbeit und zum Großteil von Dennis auch durch wahnsinnig viele Arbeitsstunden erledigt. Dann ist die zweite Frage, welche Filme gibt es überhaupt? Dass keine aktuelle Ware da ist, ist schlimm genug, aber wir müssen dann rausfinden, noch genau, welche Filme freigegeben sind im Moment, welche wir überhaupt zeigen dürfen. Dann muss man auch sagen, spielt natürlich die Wirtschaftlichkeit eine Rolle, denn wir zahlen hier eigentlich fast 2.000 Euro Strom im Monat. Momentan zahlen wir die natürlich nicht, weil die Projektoren nicht laufen. Dem Projektor ist es aber wurscht, ob da 20 Leute im Saal sitzen oder 200. Der kostet, was er kostet. Und ich denke, dass wir mit einer eingeschränkten Öffnung, wie wir sie momentan nur dürfen, schlimmere rote Zahlen schreiben, als wenn wir geschlossen bleiben würden. Wir machen das aber trotzdem, sobald wir können, weil wir der Meinung sind, dass wir Kiel auch ein bisschen was zurückgeben müssen. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, das möglichst bald auch mit einem attraktiven Programm verflixt, hinzukriegen. Da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ihr steckt hier so viel Herzblut rein, das ist unfassbar und schön zu sehen, dass es sowas in Kiel gibt. Also besucht das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz, wenn es wieder losgeht. Vielen Dank für das Interview hier. Dankeschön. Und ganz viel Erfolg euch weiterhin in der Zukunft. Danke. Und wir haben noch ein Gewinnspiel für euch in den nächsten Tagen. Dort könnt ihr dann Tickets gewinnen für das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz. Das war's von der Premieren-Ausgabe von Microphone Kultur im Norden. Dankeschön, Dennis Jahnke und Matthias R. Gerne sehen. Gerne, gerne. Bis bald. Und tschüss. 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 Microphone Kultur im Norden.